Okay, what's the heck geht hier ab? Wieso machen die Wachen nichts? Wenn ich ihn jetzt angreife, gehen dann die Wachen auf mich drauf? Ergibt es hier in der Mitte vielleicht so einen Hüschenbereich oder wie? Anscheinend, ja. Warlock ist leider komplett unkillable, ne? Anscheinend gibt es hier so einen Zwischenquad, der lehnt mich weiter. Ja, Drain lehnt mich weiter, obwohl ich Outfight bin. Obwohl er stirbt einfach. Okay, this is weird. Das hätte ich nicht gedacht. Anscheinend ist genau hier in der Mitte so ein Spot, wo du fighten kannst. Erzählen.